willkommen zurück zu let's play minecraft was geht ab dann auch wieder hier so ok was machen wir heute oder in der aufnahmesession also ich wollte mit dem haus weiterbauen aufer gestülte die ganze schafe dann müsste ich eigentlich wohl auch haben weil ich könnte einfach anfangen den boden zu verlegen oder erst mal überlegen welche farbe haben wir denn schon wohl hallo habe ich da mädchen hat ich habe acht wollen ja hätte irgendwie bock in den cave zu gehen ich könnte mir bock kurz pennen zu gehen ja gleich dabei dann mache ich das so dann kann zuckerraum wachsen jeder zeit da mache ich mir jetzt ein diamantspitz hacke und gehe runter und hol ob sie den hat schon mal und vielleicht finde ich dann noch ein paar andere sachen was teilst du von der idee bin ich gut in spielst du nicht klasse ich super bist du im bett ok youtube so lying in the bed das hat ja geklappt sieben diamanten direkt gefunden also fast direkt gefunden dann kann man die auch mal verwenden brauche ich ja sowieso so diamantspitz hacke darf ich nur nicht sterben sehr bitter da kann ich probieren ich mache es war ich dann warum ich den hoch ja keine ahnung weiß nicht soll ich der panorama ich mache jetzt klar scheiben ist mir egal ist mir egal ich mal hier noch meine panorama links mom steaks der dani steht auf panorama große scheiben mal was geht damit auch mal etwas bei mir groß ist ja ja so dauert sind noch sehr lange mit dem haus hier muss ja immer was anderes machen spiel der im prinzip alleine weil daniel das war schon die erste scheibe bei daniel ja beschäftigt ist mit seinem panorama ausblick richtig aber mit dem texter gefällt mir das glas nicht so das ist sehr dunkel ist so getönt und spiel dann glas verschwendet ja das ist getönt das gefällt mir nicht aber ich werde eh denke ich im laufe des lp sowieso texture pack ändern aber mir gefällt das sehr gut also weiß mittlerweile sind wir part 17 oder so und dann auch tausend mal gestanden dass man das texture pack holen tut mir leid das dauert noch wir nehmen viel am stück auf tatsächlich schon vier stunden die ersten part schon alle an einem tag aufgenommen deshalb leider immer noch keine keine kommentare so ja das müsste erstmal reichen lässiger scheiß sind die türkern nicht mal eben oder viel noch zwei ich habe gesehen weil das 11 11 so 30 60 im boden drauflegen da muss ich ein bisschen ich weiß nicht normal habe ich immer einen boden aber so ist ein perfekt muss ich halt kurz den boden ausheben aber ich brauche scharfe 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 da hinten ist daniel er ist an seinem ding da da ist schon sehr schön dann brauchen wir noch ein gehege daneben dran ja moment ich gehe gleich da rein keine angst leute na geil weiß ich natürlich nicht ob die pfiffi was denn läuft wie ich möchte das läuft so oder so das müsste eigentlich reichen weizen mit holen ganz wichtig gucke ich mal ob ich da zwei schafe auf treiben kann aber unbedingt verzaubern taube ist mich da schon kein zugang für daniel immer noch so ist jetzt erst mal ein kleines gehege ich weiß darauf so scharf möchtest du mit mir kommen wir wollten guck mich nicht so doof an ich finde ich habe mich behindert aus ich habe keinen eisen dabei ich mir mache ich mir direkt eiskalt eine schere eiskalt denn scheren werden eiskalt verwirrt mir auch wie das aussieht hier wenn ich die treppe hoch springte so am boden muss unbedingt langsam rein weil immer hier die kisten da das ist auch nicht gut ja das kann auch so oder diesmal springe ich nicht so extrem epic mäßig runter also ich meine da runter so schön der daniel führt selbst gespräche jester kurz hier nachrechnen bei meiner vorlage weißte kenne ich kenne ich danke für die wollen ich suche dir noch eine partnerin mit denen du ganz liebe meinen ganz 11 zu 13 14 14 schaffe ich die schaffe die möchte man deine wolle danke und 4 wie ich folgst mir nicht mehr folgen die nicht wenn die man die mit scherer mit schert halt keine ahnung vielleicht sind die an sauer eine folgt mir sie jetzt noch behindert aus komm 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 da hoch jawoll aber schön wie du mich an klinzelt sehr schön dafür kann ich dich auch nachher bei hier möchtest du nein komm jetzt komm da ist nur noch ein stück rein mit dir du schweiner viel ich bin jetzt kommt ja wohl noch ein stück dann hast du es geschafft baby ich habe mir die augen kleines komm 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 jawoll das gefällt mir und jetzt macht was auch immer ihr wollt oh ja kopf in kopf hauptsache es entstehen kinder da raus ja genau wie die scharfe liebe machen oder allgemein die tier kopf in kopf blowjob mäßig aber irgendwie doch nicht so halb blowjob mäßig komische Sache ohne job ha 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 eigentlich küssen die sich ja nur geil wie wenn die sich wirklich von hinten dann so drauf ich glaube da gibt es auch eine porno mod wenn nicht dann wäre ich gerne der erfinder davon ja patent anmelden und zack ja schaff hallo warum muss ich das eigentlich mit ich bin brauche ich doch eigentlich gar nicht mehr hat gut funktioniert bei dem einen pfeiler jetzt kommt der nächste dran ich komme gleich mal gucken damit man das in groß sehen kann der eine ist fast fertig fehlt nur noch normaler stone 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 scharen komm schau nicht mehr weit nicht mehr weit dann bist du bei deinen schafen und kannst dich lieber machen ja eigentlich noch nicht weil die noch ausgepowert sind komm her da kann ich trotzdem hier so eine kleine fahr machen das ist so der anfang ist eigentlich gar nicht so schlecht hier da ist nämlich auch wasser schön gelegen so so oh ich pack mir die kühe da oben pack sie dir oder kann ich von uns kühe töten eigentlich dann nicht die sollen ja liebe machen ich hab hunger ne mann ich geb dir ich geb dir die soll ich brauche leder die da hast du essen das waren deine drei angeblichste vier naja oder mann so die dass ich jetzt mal da in der zeit kann ich ja irgendwann nachherkennen weizen sieht auch relativ gut aus das geht ja weizen äh weizen und zuckerrohr meine ich sag öfters mal weizen zu zuckerrohr da tut mir leid für den fehler aber manchmal denke ich nicht nach wenn ich rede eigentlich nie so es wird nacht sieht jetzt schon besser aus so mit anpflanzen als auf der alten map bei mir hier wo ich eigentlich nur so hingerotzt habe hei ja scheiße ich hab kein kein dings keine erde tut mir sehr leid für dich ach so erde ok na komm hoch jawoll ach die mach ich weg die brauchen wir nicht so es wird dünkel zack da sind noch welche und bam pennen gehen ja könnten wir Zeit läuft gut mit pennen und so ne ja immer in der nähe ja ich geh gerade hoch ich lege schon die wege sind auch diesmal besser hoch als bei mir zumindest auf jeden fall bei mir auf jeden fall auch ja auf jeden fall gut hier das wird natürlich noch besser gemacht klar klar und ich schliege kurze unterbrechung nutzen zum trinken richtig dauert ziemlich lange ja gerade schon hä hä hm moment ich lege nochmal auf nochmal rein da jetzt ah geht doch guter morgen schön geht ah ja das sieht schon besser aus mit den Brücken aber ist noch nicht fertig oder da kommt noch nein nein ja 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 warte da auf den Cobblestone äh Zuckerrohr Zuckerrohr kommt auch da rein so bei Bedarf kommt da ja noch eine zweite Etage der Brücke hin ich kann noch ein buch machen an dem papier habe ich ja genug da ich weiß zwei reichen so zwei bücher und das heißt 1 ja natürlich so wir kommen immer näher dem zaubertisch vier bücherregale das gefällt der Guna Maus ich brauche viel mehr Cobblestone ich habe zwei Stacks ungefähr Kabel? äh normal meine ich normal ne normal hab ich gar nichts äh das bauen wir jetzt mal runter bisschen Holz Cola 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 für Lämpchen äh Pflaster brauche ich nicht ja doch ein bisschen Erde falls ich mir Wege bauen muss äh noch was ja Essen natürlich ja es muss reichen wie sieht es aus Rüstung habe ich äh Axt brauche ich nicht ein Schwert könnte ich mir mal neu machen würde eigentlich nur runter und also ich will jetzt nicht so viele Dings holen so viele Rohstoffe wäre eigentlich nur Obsidian und äh falls ich dann Diamanten und Smaragde wieder sehe also ich lasse mal jetzt Kohle und äh Kohle und Eisen und so in dem äh einfach dagegen könnte ich ja ein anderes mal holen äh ja